herzlichen willkommen zu einem neuen let's play was er mit dem trailer schon angekündigt wir haben ja die spielten terraria ja und ich habe ein bisschen was mit aufnahmen aufnahmen auf aufnahmegerät ausprobiert aber es funktioniert nicht so richtig deswegen habe ich gerade eine auflösung nämlich 1200 erstmal einmal 720 ist zwar jetzt ein bisschen blöd aber es geht nicht anders weil es legt sonst zu doll und wir fangen jetzt einfach mal an das tun wir auf jeden fall noch klären ziemlich mal sehen wie wir das machen auf jeden fall fangen wir jetzt einfach mal an hier bäume fällen erst mal ja wir tun erstmal bäume fällen das geht bei mir recht schnell nicht mit der spitzhacke haxt jetzt ist bei mir einfach nicht einsam ist auf jeden fall alles ein bisschen am lagen oder so müssen auf jeden fall noch sehen wie es noch auf jeden fall dass wir erstmal die erste folge haben das ist halt ein bisschen blöd bei jedem bei minecraft geht es zum beispiel überall geht es aber auf jeden fall erstmal nicht bei terraria weil da braucht man also man spielt der terraria normal unaufnahme 60 fps und meine aufnahme ist eigentlich das bei jedem aufnahmeprogramm so wenn ich aufnehmen und 60 fps einstelle kommt dann meistens 30 oder so raus nämlich ich habe jetzt gerade hier deswegen bin ich auch in der auflösung habe ich 60 eingestellt und ich weiß nicht wie das mit der musik ist muss ich sehen weil ich wollte schon das ist ein boomerang drinnen und seile frau ähnlich was kann ich das nehmen oder du okay ich mache es tut auf jeden fall alles der richtig schön langsam gehen das müssen wir auf jeden fall gucken die macht diese folge wird erst mal nur zehn minuten oder so gehen weil es wirklich am lake und ich denke man kann es nicht vertragen müssen da oder ich muss ja mal was gucken irgendwie weiß dann schon ein bisschen blöd wenn das ganze zeit so so slow motion ist besten würde ich hause ein bisschen größer machen ja so groß wie die plattform gerade ich bin der schnellste immer mal zurückrufeln mann so und bei terraria kann man auch so schnell der zeitraffer machen das ist eigentlich auch richtig cool weil da ist es halt so eine art 2d hier so gesagt und da kann man richtig gute zeitraffer machen das ist mega nice wie weit noch es war jetzt hier aus stein promo führen ich bin meine kraft wieder schnellst du dich bei mir vorpacken zurück getroffen also also ich habe zwei so müssen jetzt erst mal die tür machen so ich habe mal einen rückruf dran mitgenommen und zurück an die tür machen das ist ja alles in zeit alles in zeit jetzt so rumkratzen, Alter. Nee, du lächst bei mir auch übelst. Rumkratzen, du lächst bei mir übelst. Ach, ernsthaft, die kann man ein bisschen stellen, oh Mann. Versteht dich, Karin. Ja, schön, ey. Oh, 3 plus Reichweite. Jetzt hörst du dich besser. Ah, hier... Ich hab Seile. Fein. Die Türen auch. Ja, schon ein bisschen... Schon ein bisschen... Show your neue Bäume entpflanzen. Wer macht das? Mann, ich kann sie sich abbauen. Oh, toll. Ich komm jetzt wieder hoch. Ich hab Seile. Ja, komm. Ja, komm. Ja, geil. Nice. Ah, jetzt kommst du doch hoch. Cool. Warte. Ja, guck mal, das ist doch ein bisschen praktisch, ne? Ich denke das hier nicht. So realistisch. Ja, keine Ahnung, wir sind so drauf gekommen, dass man Terrarialist playt, weil es einfach eigentlich mega nice ist und so. Und nicht mehr so. Hast du grad zugehört? Nee, ne? Ich hörte ich kaum, du wärst voll. Cool. Yeah, ich bin oben. Klick. Klick. Ähm. Warte, ich hab' ne Tür. So, jetzt fehlt die Scheiße. Komm, schau'n. Sieht das so gut aus? Wir machen ja sowieso noch nen Boden rein. Oh, Junge. Junge, du zweifest hab' gesehen, das ist ein 2D-Spiel. Ja, na, hast du nicht fehlt. Nice. Oh, Junge. Oh, Junge. Alter. Mann, der scheiß Slime. Bäm. Ich hab' nicht weiter verloren. Ja, und wie mach' man das Seil jetzt ab? Ja. So hochgehen und das aufbauen. Ja, warte, ich mach' Geht das überhaupt? Ah, nice. Seil. Ja. Oh, meinst'n Bauer. Gott. Oh, Gott. So, ich hab' das mit meinem Seil wieder. Ja. Ja. So. Nice. Hier ist ein Eishirnchen. Guck an sich. Wegen Ton, wegen Ton müssen wir auch noch gucken. Das ist alles. Wir machen heute einfach mal die erste Folge, dass das Projekt gestartet ist. Und den Rest machen wir dann dem Ende. So, wir haben schon ne Kiste in Eis. Aber noch nicht sein. Du musst dann aber eh anders platzieren. Ja. Oh, du hast schon den. Oh, ich hab' den. Ich hab' den. Ich hab' den. Ich hab' den. Ähm. Deutschland. Ich warte. Nein, ich hab' den. 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 Ihr Leute, wenn ihr irgendwie die Steuerung noch nicht... Also, das... Übrigens, das Spiel gibt's bei Steam. Für 10 Euro könnt ihr euch einfach sie holen. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu meinen Server macht, dann kann ich das natürlich auch erklären. Ähm, früher oder später mal. Alter, was haben wir uns hier vorgenommen, Alter? Ihr könnt noch tonnere Menschen einziehen. Es ist locker so in so'n neuner Haus. Na, da können wir ja einen oberen Stopp machen. Alter. Oh, Alter. Oh, Alter, ich hab's nicht geschaut. Äh, äh. Na, erst noch die ganzen Hintergrund. Hm. Na ja. Du hast noch Holz, ich hab' nämlich kein Holz mehr. Ja, ich hab' ganz viel Holz. Kannst du noch was geben? Oder beziehungsweise diese Holzwinder? Nein. Ich mach' nur Holzwinder. Ja, danke. 400. Ich hab' meine Musik jetzt hier ausgemacht, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. So. Danke, Alter. und wir haben so viel mal das ganze und ich sehe schon deswegen würde ich einfach mal sagen wir machen das jetzt endlich machen Zeitrafferei und dann sehen wir uns einfach kreischt Wille Pinky 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 Er will nicht sterben Er will nicht sterben Ja das ist ja nicht Baunzig Oh was hast du bekommen Bist du befreit Okay weiter geht's in Zeitraff Wir enden jetzt mal in die Wolke Wolke Die Wolke am Ende Ich tue jetzt mal noch hier so ein Seil machen Da können wir dann demnächst auch hochklettern Und auf die restlichen Wände platzieren Ich mache jetzt auch ein schönes Screamshirt mal davon abgesehen Dass ich überhaupt keine Ahnung habe davon Was machst du? Alter das kommt dann ins Thumbnail Los geht's Yay Ja gut Leute Dann sehen wir uns einfach am nächsten Video Ich denke mal das ist erstmal wieder advanced Weil Ja gut dann sag ich einfach mal jetzt nichts weiter Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video Und Ciao